Was ist die Netzneutralität? Wir haben es nicht geschafft, die gesetzliche Verankerung der Netzneutralität gegen den Ministerrat, also die Mitgliedstaaten der EU und die EU-Kommission durchzusetzen und zu behaupten. Jetzt haben wir den Salat. Künftig werden aufgrund der schwammigen Formulierungen in der Verordnung Regulierungsbehörden und auch Gerichte darüber entscheiden, wie das Internet künftig aussehen soll. In die Debatte haben sich verschiedene Akteure eingebracht. Wir haben zum Beispiel gemeinsam mit anderen Organisationen aus ganz Europa auf unserer Kampagnen-Seite safetyinternet.eu dafür geworben, dass die Netzneutralität gesetzlich verankert wird. Auch Startup-Verbände, Verbraucherschützer und auch Vertreter aus den Medien haben über Monate hinweg dafür gekämpft, dass die Netzneutralität in Europa gesetzlich verankert wird. Am Ende hat das EU-Parlament aber gemeinsam mit dem Ministerrat, also den Mitgliedstaaten der EU und der EU-Kommission für eine Aufweichung, für eine Abschaffung der Netzneutralität in Europa gestimmt. Künftig werden wir also mit den Überholspuren im Netz leben müssen. Durch diese Entscheidung müssen wir uns darauf gefasst machen, dass wir bald durch einen gigantischen Tarifdschungel irren. Das bedeutet, dass wir für diese Spezialdienste extra bezahlen müssen, dass wir diese extra hinzubuchen müssen zu unserem normalen Internet-Tarif. Wer zum Beispiel viele Spiele spielt, muss dann ein Gaming-Paket buchen, wer gerne Streams schaut, ein Streaming-Paket und so weiter. Durch diese Entscheidung wird auch die europäische Online-Wirtschaft unter Druck geraten, denn auch sie müssen sich diese Überholspuren im Netz dazu buchen, wenn sie konkurrenzfähig bleiben wollen. Das bedeutet, Startups und vor allen Dingen auch nicht-kommerzielle Anbieter werden große Probleme haben, ihre Inhalte künftig auch im Netz konkurrenzfähig anzubieten. Damit macht man Innovation gebührenpflichtig. Mit dieser Entscheidung, liebes EU-Parlament, habt ihr das Internet nachhaltig kaputt gemacht. Danke für nichts. Das nächste Thema, was uns beschäftigt, ist erneut die WLAN-Störerhaftung. Wir setzten uns gemeinsam mit anderen Initiativen wie etwa den Freifunkern schon seit Jahren dafür ein, dass man sein WLAN frei zur Verfügung stellen kann, ohne dass man auf der anderen Seite etwa Angst vor Abmahnung haben muss. Die Bundesregierung will an diesem Zustand auch etwas ändern und hat eine Änderung des Telemediengesetzes vorgesehen. Allerdings will die Bundesregierung, dass man etwa künftig, wenn man sein WLAN frei zur Verfügung stellen will, vorher Vorschaltseiten einbauen muss, bei denen man die Nutzerinnen und Nutzer darauf hinweist, dass sie sich ein geltendes Recht halten müssen. Außerdem ist noch von nebulösen Sicherheitsvorkehrungen in dem Gesetzesvorschlag die Rede. Hier bleibt unklar, ob man zum Beispiel sein WLAN künftig verschlüsseln muss, was das komplette Gegenteil von einem offenen WLAN wäre. Gegen diesen Vorschlag der Bundesregierung regt sich mittlerweile schon Widerstand etwa aus den Bundesländern. So hat Nordrhein-Westfalen im Bundesrat einen Antrag zur bedingungslosen Abschaffung der Störerhaftung eingebracht. Dieser wird auch schon öffentlich von Thüringen unterstützt. Am 6. November wird sich der Bundesrat damit auseinandersetzen und auch darüber abstimmen. Wir werden das entsprechend gespannt verfolgen. Wir erwarten, dass Mitte, Ende Dezember sich die Ausschüsse des Bundestages mit der Abschaffung der WLAN-Störerhaftung dann auch nochmal auseinandersetzen werden. Die finale Abstimmung über das Gesetz erwarten wir Mitte, Ende Januar. Wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden, wie es weitergeht und wo ihr euch an welcher Stelle dann auch entsprechend einbringen könnt. Die WLAN-Störerhaftung wird uns übrigens auch bei unserem nächsten netzpolitischen Abend hier in Berlin beschäftigen. Am Dienstag wird Monique Meisel von der Freifunkinitiative nochmal detailliert über dieses ganze Thema berichten. Ein weiteres Thema, was uns beschäftigen wird, ist das Brüsseler Politiklabyrinth. Viele Entscheidungen werden in verschiedenen Institutionen auf europäischer Ebene getroffen und manchmal ist es gar nicht so leicht zu erkennen für die Zivilgesellschaft, wo man seine Wünsche und Forderungen an die Politik eigentlich genau hintragen muss. Darüber wird Anna Biselli berichten und uns ein bisschen darüber aufklären, was wir wann, wo, wie tun können. Wir haben darüber auch schon vor zwei, drei Jahren mal eine Broschüre veröffentlicht, die ihr unten auch in der Videobeschreibung findet, wenn ihr das Ganze einfach mal lesen wollt. Die weiteren Themen unseres netzpolitischen Abend findet ihr unten in der Videobeschreibung oder bei uns auf dem Blog. Unser netzpolitischer Abend findet wie immer jeden ersten Dienstag im Monat in der Seabase in Berlin statt. Der Eintritt ist wie immer frei. Wer nicht nach Berlin kommen kann, für den gibt es auch einen Livestream. Die Videos gibt es danach auch bei uns im YouTube-Kanal. Schaut vorbei, kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. So, das war's auch schon wieder mit unserem Wochenrückblick. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie uns bitte in die Kommentare und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut! Mal gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017